Jetzt kommt er Okay, ich darf ja nicht zu nah ran Das wäre nicht so gut Ich will immer alles rundherum erledigen Ich gehe immer komplett rundherum Das war ein Fehler Das ist weit vorne Ich will die sofort Ich will immer eliminieren die ganzen Priester rundherum Das ist immer besser Heretik If you have anything to atone for I will listen Now is the time before you face the goddesses judgment If you want to protect the ones you love Surrender I have no loved ones anymore No one I need to protect But you won't be the one who decides if I live or die Oh oh Ja, jetzt kommt er Das ist nicht so gut Terra 2 Uh, gar nicht so schlecht Ja Ah, komm ich noch nicht dran Okay, und dann machen hier Komm ich noch nicht dran Okay, nur heilen Aber besser als nix, ne So Äh Äh Wie ganz der denn Engempfindlich hier Ja, nur gegen Gegen sowas gar nicht Aber egal Mach mal Malus 3 drauf Trotzdem Komm ja So Ja, tut ihm trotzdem weh Okay Na, komm ich noch nicht dran Du kann ich doch eigentlich nicht einsetzen Was fehlt, was fehlt dafür Was kann ich da Warum kann ich noch nicht einsetzen Ja Hat der irgendeine Fähigkeit eigentlich Warum Quascher Nee Komm ich noch nicht dran Hm Nee, es geht nicht Das wäre natürlich auch lustig gewesen Wenn man da durchziehen könnte Aber Hat er gar nicht so ganz hingehauen Warte mal Ach ne, ich kann nur da hin Okay, dann kann ich nicht weiter vor Okay So Nein, nicht Malus 1 Malus 3 Wetter So, komm her Tach, mein Auge ist Wird ein bisschen Leveln hier Das war auch nicht sehr tief Leider Ähm Komm her Ich weiß noch mal zu Was war das denn Was war das denn Oh, jetzt kommt Ashley Oh, jetzt kommt Ashley Ashley selbst Oh oh Das war nie gut Alter Alter Das war eine super Attacke Alter Das war nicht so gut Alter Mit einem Angriff hat sie jetzt Nehna weggehauen Da hätte ich auch gar nichts gegen machen können Ähm 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 Alter Hätte Nina gar nicht Keinerzeit retten können Der war lieber viel zu schnell Tunk leider Ach Ähm Hm Ähm 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 Zack Ähm Ähm Zack Zack Zwei Na, ich muss ihn da ran Alter, okay, ein Schritt. Ich mach's so, ich mach's hier. Wird auch kein Problem nachscaling. Oh, komm her. Oh. Au, das tut, ich tut weh. Ashley, have you learned to control the darkness in you? Sage, how do you... Do you have it too? Was, die Dunkelheit? Jetzt wird das interessant. Das ist sehr interessant jetzt von der Story her. Also es scheint wirklich sehr, 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 sehr viel drin zu stecken. What happened to you? How... In the depths of the darkness, I met evil. We are, we are not the same, so... Hmm... Okay, dann hol ich ihn mal so weg. Oh. Der ist mal weg. Der könnte nicht mehr, der könnte nicht mehr wieder. Ich will mal hier weg hier. Können wir, können wir ja mal einen machen hier auf Bonecrasher. Das würde mir richtig, das würde mir richtig übel, übel wehtun. Aua, das tat sich sicherlich weh. Aber, die ist unbeeindruckt davon weggekommen, ja? Die ist unbeeindruckt davon, da gibt's ja nicht. Ja, aber auch gleich. Wenn man sich nur Ashley bezwingen hier... Ah, will ich eigentlich noch die anderen Boss auch noch erledigen. Deswegen, wenn ich die immer wieder wegkomme. Oh oh. Give us power! Zack, was hier? Uff. Ich weiß der. So, jetzt geh mal weg von ihr erstmal. Wenn man die anderen immer fangen möchte, äh, erledigen möchte. Wegen Erfahrungspunkte, wisst ihr? Deswegen mache ich das so erstmal. Was zur Hölle? Juri? Äh. Das ist nicht so gut. Aber trotzdem mal weg hier. Das ist nicht so toll. So, jetzt geh ich mal hier hin. Immer weg, immer weg von Ashley. Jetzt greift sie Juri an. Dann macht sie euch ja Juri auch fertig. Autsch. Ja. Ach, ja. Komm her. Ja, die kann ich eigentlich heilen. Äh. Das ist physischer Status. Ist auch geistig. Eigentlich irgendwas gegen mental. Ich muss irgendwas sagen, aber kann ich die, kann ich glaube ich nicht heilen, ne? Geht glaube ich nicht. Ich habe ja noch einen Heiler zum Glück. Äh. Ein bisschen blöd. Aber muss es halt so sein. So. Und wir wollen mich wieder fortbewegen hier. Weg davon. Von Ashley. Was wollen wir mit dem hier machen hier. Den wollen wir mal so erledigen, ne? Äh. Komm her. Weg mit der. Und sei, und sei, und sei es H.D. Diejenigen, die ganzen Erfahrungen sammelt. Ist nicht so wichtig eigentlich, wer das macht. Ja. Genau. Ja, aber bis sie weg, dann sind wir auch immer weg von ihr. Können entsprechend die anderen erstmal erledigen. Ist halt scheiße wegen Juri, aber ist halt so. Sage, what are you doing here? Why are you in Bessack? Does your church enjoy praying into other people's lives? You should examine the life you've chosen for yourself. Are you really the sage I knew? Tja. Wie kanntest du die denn? Würde ich mal gerne wissen. Do you know anyone else named Sage? Tja. Also, das ist wie gesagt sehr interessant jetzt. Wie stecken die Gemeinde? Ja, ist ja klar, dass es dir umkippt. Das war jetzt klar. Der Erfolg hat man immer noch. Das war eigentlich nicht so gedacht. Hm. This girl has quite a spirit in her. The Sheriffs of Waelia trains its protectors to fight. She must have had training from high priest Leto. Die kennt sich sehr gut aus. Muss man einfach mal sagen. Die kennt sich sehr, sehr gut aus. Ich weiß genau, was da los ist. Also, es scheint wirklich mehr drin zu stecken. So. Found Potion. Na super, freue ich mich. Ah. Ähm. Wollen wir mal den Typen. Und den haben wir den auch. Äh. Ja. Ich warte immer mit dem. Bisschen mit den ganzen. Malus 4. Ich darf nicht alles da verschwenden. So. Ich bin auch gleich tot. Aber, aber offenbar war Sage vorher ein bisschen anders. Also, es scheint sich auch. Ja, wir wussten. Wir wissen ja von Arkon aus irgendwie was von. Na. Wiedererweckung. Oder. Wiedererwachung. Ähm. Alles ein bisschen. Pfff. Ja, komisch. Ja, komm hier gar nicht hinterher, ey. Ja, komm her. Ein bisschen Abstand gewinnen. Er hält sich selber. Soll ich das auch machen. Aber ich laufe dem Unident hinterher. Das ist doof. Also, das wird die aktiv. Was ist das denn jetzt hier? Mist, du wait. Was ist das? Nur den 1. Uff. Äh. So, das wird ihn wahrscheinlich nicht töten, leider. Aber naja, ist halt so. Äh. Anfall mal so. Ach, komm her. Ja, der ist schon tot. Gleich. Na jetzt. Ja, nur auf. Nur auf ihn. Hm. Ähm. So, holen wir mal die da raus. Äh. Was ging, was ist die denn verbundbar? Den Malus. Ja, kann ich nur mal Malus machen, hier. Nehme mal den Großen. So. Ja, das war doch mal ordentlich. Äh. Äh. Dann haben wir den auch gleich erledigt. Dann haben wir den auch gleich erledigt. Dann haben wir alles erfahrungspunkte. Alles wichtig. Oh, der sah hin. Gut. Schauen, Holy Water. Ja, hören. Ich will jetzt hier folgt uns. Und kann uns angreifen. Sack, was hier. Oh nein, der ist so wieder verwirrt. Das sieht er nicht. Ey, scheiße. Oh, der hat von eigenen Leuten erledigt nur. Verdammt, der Mist. Verdammt, wie kann ich ihn denn wieder heilen hier? Es geht nicht. Das ist doch bescheuert immer ein bisschen, ne? Da mal, ich hab das, ich hab zwar Gegenang, Gegenmittel dagegen, aber ich kann die Guy einsetzen, wenn die verwirrt sind. Noch mal Mal, nochmal Malus 4. Ach, das glaubt alles ziemlich schlecht, ey. So, ist er weg. Dann haben wir nur noch die beiden Priester. Ich zeig was hier. Ja, super, ey. Ich hab nur noch 3. Also, alles in allem ziemlich schrecklich. Das läuft gar nicht so gut, wie ich eigentlich gehofft habe. Muss ich mal so sagen. So. Das ist halt ein spannender Kampf, ne? Der Lampen bisschen. Oh, Mann. Do we have to fight? There's no reason for this. I won't back down until you abandon your duties. You know the short stance on the heretics. Repent, Sage. Before it's too late. Ach, come on. Das bringt doch gar nichts bei ihr. Why do we need to fight our own race? You are not the same race. You are a heretic. I'm a human. I don't think you even know what it means to be human. Ja, genau. Ich hab hier keine Ahnung. Ich find hier ne ganz... Ich find hier ne ganz schön viele Leute. Ich hab nur noch unsere Hauptcharaktere. Das ist auch nicht so super, ey. So, hm. Ich hab nur noch so viel. Jetzt hört's aber auf. Warum hört's jetzt auf? Ich hab keine Ahnung. Ähm. Malus 2, bitte. Ja, Malus 2 mache ich jetzt. Ich wollte auch ein bisschen Lebensenergie zurückgeben. Ja, genau. Bei Malus 2 funktioniert das das. Er lebt bei Malus an anderen Malus nicht. Das krieg ich nicht, wieso. Warum ist eigentlich der so lange nahm? Was ist mit ihm denn los? Das konnte Yuri gar nicht einsetzen. Warum immer. Ähm. So. Bambau. Mach mal. Mach mal mal. Bei Bein angreifen lassen. Ja. Hoffentlich. Ja, war ich tatsächlich. Da hin. So. Found Potion. Ja, super. Alles kostenlos. Und nur noch ein. Und nur Ashley. Aber ganz viel Verluste erlitten. Ah. Jetzt sag mal wieder mitmischen. Der war bis einmal einträchtig. Wurzverletzte oder sowas. So. Jetzt haben wir einen Escriminous abgeschüttelt. Vorher ging das nicht. Warum immer. So. Seal Attack. Aua. Das ist doof. Seal Attack ist scheiße. Ähm. Greifen wir mal damit an. Oh. Und auch angreifen mit. So. Zubeißen. So. Haben wir den auch. Dann haben wir. Was daneben. Gibt's ja nicht. Von wegen. Wir haben ihn dann auch gleich. Ich weiß der. Der wollte nicht so einfach aufgeben. So. Okay. Er soll angreifen. Soll er machen. Das war nicht so das Problem. Das denkt er eigentlich auch nicht. Wenn ein heretik dies. His body will spawn poison. Das hat ihr readst. The scriptures of St. Luxaphale. That the heretik poison will turn human blood. And the meldians will devour their bodies. Right? That's why the heretik must be eliminated. Ah ja. Gut. We're not too much slower. St. Luxaphale the Archangel. Does he really serve the goddess Raki? St. Luxaphale the Archangel. So. Klebe den Augenmer noch einmal an. So. Haben wir erledigt. So. Okay. Jetzt haben wir nur noch. Nur noch. Ashley selbst. Der ist jetzt auch vorbei. Hat lange genug gedauert. Ah. Die Frage ist natürlich. Wie kommen wir jetzt an Ashley ran? Ja. Eine gute Frage eigentlich. So. Hol dir jetzt mal. Ah nein. He's low in the seas. Fair and confused. Kurt and seal. So. Also das ist wieder aufgehoben. Jetzt können wir loslegen. Jetzt können wir Ashley angreifen und attackieren. Mit allem was wir haben. Was nicht mehr viel ist. Der Kampf war gar nicht so einfach. Äh. Weil wir auch grundsätzlich. Das Leben nicht so fruchtig so ganz gelaufen ist. Wie ich dachte. Anfang nicht ganz gut. Aber dann haben die plötzlich angefangen. Zu zaubern auf unsere Leute. Äh. Natürlich nicht dran. Ist klar. Ist weit weg. Also das bin ich. Ja. Pardon. Vielen Dank.